So, weiter geht's in Level 5, äh, Welt 5. Feuer und Eis. Mann, das ist bestimmt schon eine schöne Scheiße. Das ist wieder auch ein Berg. Das heißt, wir haben Eis, Wolken, und was weiß ich was vor uns, und Schnee. Aber irgendwie kann ich mich jetzt ja gerade nicht richtig bequemen. Oh, Moment. Okay, okay, ich schneide ja schon ein. Da-da-da-da-da-da. Warte, wie sieht das denn aus? Oh mein Gott, es ist Donnergott, Lakito! Raiden, Lakito heißt aber, glaube ich. Keine Ahnung, würde ich mir jetzt mal das vorstellen können. Da ist nichts versteckt. Münzen! Wow! Ja, Raiden, Lakito trifft's auf jeden Fall sehr gut, finde ich. Boah, 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 boah. Was hat der fuck gerade das denn hören? Wow! Irgendwie kommen mir diese Gitner sehr bekannt vor, aus News from Mario Bros. Mann, das sah aber abgrundtechnisch aus. Wenn ich hier einfach mal durchchille. Ah, durch den Schnee wird die... Ich finde das Video wieder so groß. Da hat, äh, das Primarkus schon mal drüber gejammert. Ich werde hier einfach so schnell durchraschen, wie's geht. Wuh! Hab ich das denn hier so gedacht, was? Ja, hast du dir zweimal sogar... Zweimal! Dreimal, viermal, fünfmal, wow! Sonst geht's euch halt aber noch knusprig, oder? Mit Steinen nach mir zu schmarrn. Was, du, das? Ab in meine Gedärme! Oh, da ist das Dings. Wow! Irgendwie mag ich diese Pinguine nicht. Oh, okay, wir haben die Schlüsse, also gehen wir auch rein. Wir sind ja keine Spielverderber hier. Oh, Gott! Dam, 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 dam. Aber, dass ich noch Durchlaufenden mache, da versuche ich jetzt zumindest mal. Komm schon, mach Puff. Lass mich einmal gewinnen, Mann. Ich glaube, ich hab verloren Oh, nein Oh, oh, du Ding Ich will einmal gewinnen hier Platz schon Platze, Platze Arschkauf Ey, es ist immer so Ich krieg den, bumm, sofort verloren Das würde mich mal interessieren, ob man den so wirklich besiegen kann Also jetzt nicht so, ja, weil ich rummelde verloren Sondern eher so Ich kann's mir eigentlich nicht vorstellen Ah Da ist noch eine rote Münze Jetzt haben wir doch, dass ich da eine Helikopter bekommen, Mann Oh, oh, oh Rote Münze Auch eine rote Da sind sogar zwei rote Münzen Guck mal da Da sind keine Ich liebe auch ein Münzenboni Wuhu Wofür ist das? Nein, es ist an der Sackkasse Nein, ich will nicht zurück zu Mario Der ist schwul Okay, der kann fliegen Ein fliegender Pinguin Okay Das ist bestimmt Skipper Wie viel Zeit hab ich noch? Zehn Minuten Ah, ein Eishaupt Das find ich cool Beispiel als nächstes Yoshi's Story Ja, toll Jetzt hält er natürlich nur ganz kurz Aber dem einen Achso, weil ich was getroffen hab Ah Ich muss sagen Oh, die Schlosser hier ist viel länger Als ich es überhaupt wollte Hier ist ja gar nichts Das Glütschen in der Schuhe Die Mäuse Das klingt alles gleich Total lustig Wow Wow Was ist das? Was ist das? Ich muss dir großen Schmerz verfügen Okay Ich bin zerbröselt Ich hoffe, das hat sich wehgetan Hm, ob diese Art von Tod nicht tut? Ich glaub schon Ei, 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 ei Wuhu Verpiss dich Wow Sobald die Dinger kaputt sind Kann ich da auch durchlau Ergegenspringen Kaputt Tot Hau ab, Mensch Oh, gleich zwei kaputt gehauen Wow Und, und Ja, swish Super Ich wollte mich dem Pinguin Eigentlich nicht anschließen Tschüss, Pinguin Wow Geh, es ist automatisch Oh Na, was kommt jetzt? Aua Mein Gott, jetzt hat er Leben gegeben Jetzt noch, wo ich dagegen geschossen hab Hey, nur noch sieben Und wir haben die nur 99 zusammen Da hab ich mein Spielziel geschafft Hey Es laufen durch den Schnee Und die Schei-Gäste gehen auch gleich Dieses Wrapper, Wrapper Wrapper, Wrapper, Wrapper Wieso geht das nicht als Treffer? Hab dich Hab dich wieder Hab dich gern Es ist Reiden Es ist Reiden Am Kopf kratzen Schnorr Hm Das hat die Hose in die Au Die Hose einsammeln Nö Wow Es ist Reiden Reiden Lucky two Hm Hab los ab, blöder Pinguin Es ist eine böse Wow Weg hier Scheiße, aber die roten Münzen Ab ins Ziel Ab ins Ziel Das zählt mir Für mich Viel Tun Tarn Getarn Haben Tun Bing Menno Ich hab dieses Spiel endlich bei durch Sag dich etwa Endlich Nein, das Spiel Es ist ja Spaß nicht Ich erreg mich auch wirklich Relativ wenig aus Im Moment Nur Durchgezockt Sind echt anstrengend Ich hab jetzt alles in einem Zug Quasi weggespielt bisher Aber wir hören ein paar Minuten Pause Aber ansonsten Der Beck Grooved Nein Mir vergeht die Lust gerade Scheiße Wie viel Zeit hab ich noch über euch Sechs Minuten Das heißt der Part ist jetzt Acht Minuten lang Müsse ich mit leben Tschüss Tickowski Mäh Hehehe Bye Bis zum nächsten Mal.